Für wen ist das Paket? Das Paket ist für sie. Das Paket ist für sie. Das Paket ist für dich. Das Paket ist für mich. Das Paket ist für mich. Für welche Partei stimmst du? Ich stimme für die Grünen. Für welches Team bist du? Für welches Team bist du? Ich bin für das blaue Team. Ich bin für das blaue Team. Für welche Mannschaft bist du? Für welche Mannschaft bist du? Ich bin für die Mannschaft mit den blauen Trikots. Ich bin für die Mannschaft mit den blauen Trikots. Für wen zünden ist der FC Bayern jetzt morgen? Ich bin gegen Bayern. Entschuldigung gegen gegen Bayern? Ich bin gegen Bayern,'s propose man kommt nach in England. Er spielt gegen den FC Barcelona. Gegen welches Gesetz habe ich verstossen? Gegen welches Gesetz habe ich verstossen? Sie sind zu schnell gefahren. Ohne mein Handy gehe ich nie aus dem Haus. Ohne mein Handy gehe ich nie aus dem Haus. Ohne Benzin fährt mein Auto nicht. Ohne Benzin fährt mein Auto nicht. Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ich kann ohne Schokolade nicht leben. Ich kann ohne Schokolade nicht leben. Das Auto fährt durch den Tunnel. Das Auto fährt durch den Tunnel. Die Katze rennt durch den Garten. Die Katze rennt durch den Garten. Die Katze rennt durch den Garten. Durch den Unfall ist eine Person umgekommen. Durch den Unfall ist eine Person umgekommen. Viele Menschen sind durch die Krankheit angesteckt worden. Viele Menschen sind durch die Krankheit angesteckt worden. Die Katze rennt durch die Krankheit angesteckt worden. Mit wem triffst du dich? Mit wem triffst du dich? Ich treffe mich mit meinen Freunden. Ich treffe mich mit meinen Freunden. Ich treffe mich mit meiner Kollegin. Mit wem streitest du? Mit wem streitest du? Ich streite mit meinem Freund. Ich streite mit meiner Frau. Von wem ist diese E-Mail? Von wem ist diese E-Mail? Die E-Mail ist von meiner Schwester. Die E-Mail ist von meiner Schwester. Die E-Mail ist von meinen Eltern. Die E-Mail ist von meinen Eltern. Bei wem warst du? Bei wem warst du? Ich war bei Hans. Ich war bei Hans. Ich war bei den Nachbarn. Ich war beim Arzt. Ich war bei der Friseurin. Ich war bei der Friseurin. Zu wem gehst du? Zu wem gehst du? Ich gehe zur Ärztin. Ich gehe zur Ärztin. Ich gehe zum Anwalt. Ich gehe zum Anwalt. Ich gehe zu Oliver. Ich gehe zu Oliver. Ich gehe zu meinen Freunden. Aus welchem Kanton kommst du? Aus welchem Kanton kommst du? Aus welchem Kanton kommst du? Ich komme aus dem Kanton Graubünden. Ich komme aus dem Kanton Graubünden. Aus welchem Bundesland kommst du? Aus welchem Bundesland kommst du? Aus welchem Bundesland kommst du? Ich komme aus dem Bundesland Bayern. Ich komme aus dem Bundesland Bayern. In Bayern Bayern. Seit wann lebst du in Deutschland? Seit wann lebst du in Deutschland? Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. Ich wohne seit drei Jahren in Deutschland. Ich wohne seit sechs Monaten in Deutschland. Ich wohne seit sechs Monaten in Deutschland. Ich wohne seit einem Jahr 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 in Deutschland. Mein Haus steht gegenüber von der Kirche. Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. Mein Haus steht gegenüber von der Kirche. Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. Mein Haus steht gegenüber von dem Fitnesscenter. Mein Haus steht gegenüber von dem Fitnesscenter. Mein Haus steht gegenüber von dem Supermarkt. Mein Haus steht gegenüber von dem Supermarkt. Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. 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 Ich kenne dich. Wir helfen dir. Wir helfen dir. Das ist Hanspeter. Das ist Hanspeter. Er geht in den gleichen Deutschkurs wie ich. Er geht in den gleichen Deutschkurs wie ich. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Ich stelle dich ihm vor. Ich stelle dich ihm vor. Das ist Ronja. Das ist Ronja. Sie ist meine Patentochter. Sie ist meine Patentochter. Das Geschenk ist für sie. Das Geschenk ist für sie. Ich schenke ihr etwas zum Geburtstag. Ich schenke ihr etwas zum Geburtstag. Ich schenke ihr etwas zum Geburtstag. Kennst du dich dir? Er, ihn, ihm. Sie, sie, ihr. Wir, uns, uns. Ihr, euch, euch. Sie, sie, ihnen. Wir, uns, 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 uns. Möchtest du noch weitere Videos sehen? Dann abonniere unseren Kanal. Jeden Sonntag ein neues Video. Möchtest du noch weitere Videos sehen? Dann abonniere unseren Kanal. Jeden Sonntag ein neues Video. Jeden Sonntag ein neues Video.